Musik Kostbare, liebe Leute, der Herr segne euch so sehr. Herzlich Willkommen an alle so mega, super, glorreichen Heilungsgottesdienst, der am 30. und am 31. Dezember 2022 stattfindet. In wenigen Tagen, kostbare Leute, ist es soweit. Der Herr wird seine mächtigsten Propheten des Herrn nach nach Kurokenia senden und alle Krankheiten unter der Sonne werden geheilt, so wie wir es bereits erfahren haben in den vorherigen Prophezeiungen, die die mächtigsten Propheten gegeben haben. Kostbare Leute, ihr könnt alle noch mitfahren, mitfliegen. Wir haben ein Team aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Einige sind schon da und sind hier in Kenia und bereiten sich vor, von dem Herrn besucht zu werden. Aber auch ihr, liebe Menschen, ihr könnt noch ein Ticket buchen und nach Kenia mitfliegen. Und bei dieser mächtigen, enormen Erweckung des Herrn, dieser biblische Endzeit-Erweckung teilnehmen, die uns vorbereitet auf das glorreiche Kommen des Messias. Kostbare Leute, ihr seid alle herzlichst eingeladen. Seid auf jeden Fall dabei für diejenigen, die nicht mit nach Kenia fliegen können. Es gibt einen Livestream auf deutscher Übersetzung, mit deutscher Übersetzung. Seid auf jeden Fall dabei. Reserviert euch diese Tage, 30. Dezember, 31. Dezember 2022. Sehr, sehr groß wird es sein. Sehr viele Menschen werden von dem Herrn besucht werden. Lasst uns auch dabei sein, hier in Kenia findet eine ganz enorme Mobilisierung quer durch die Nation statt, in den Städten in Nairobi, in den verschiedenen Städten in Kenia, aber so wie auch auf den Dörfern, überall werden Flyer ausgeteilt. Den Menschen wird berichtet, dass der Herr hier kommen wird und uns besuchen wird und unsere Krankheiten heilen wird. Am 30. und am 31. Dezember 2022, gefolgt von einer sehr mächtigen Pastorenkonferenz am 1.1. und am 2.1.2023. Kostbare Leute, alle sind eingeladen, jeder kann kommen. Dies ist die Zeit, sich gut vorzubereiten und Jesus als Nummer 1, als unsere Priorität in unserem Leben zu setzen. Denn er ist für uns am Kreuz gestorben und er kommt sehr bald und er hat seinen Propheten gesendet, damit wir uns gut vorbereiten für die Entrückung, für das Kommen von Jesus Christus. Alle sind eingeladen. Bitte, kostbare Leute, nimmt alle an dieser enormen, massiven, glorreichen Erweckung des Herrn teil. Wer Informationen braucht, kann sich gerne melden unter der E-Mail-Adresse bereut und bereitet den Weg at gmail.com oder auch unter der Telefonnummer und WhatsAppnummer plus 49 für Deutschland und dann 0160 920 10 220. Der Herr segne euch sehr. Der Herr segne euch. Der Herr segne euch. Der Herr segne euch. Der Herr segne euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020